Hier ist Finnews TV in Kooperation mit Ducas Copy TV. Guten Tag, mein Name ist Claude Baumann und heute geht es um das Gold, genauer gesagt um das Gold in der Schweiz und bei mir ist heute Erwin Heri. Er ist Professor für Finanztheorie an der Universität Basel sowie am Swiss Finance Institut. Herr Heri, in zwei Wochen kommt es zu einer Abstimmung in der Schweiz, unser Land soll ihr Gold retten oder schützen. Worum geht es da eigentlich? Allein schon der Titel, Gold retten, Gold schützen, das ist natürlich eigentlich dummes Zeug. Im Prinzip geht es darum, dass Initianten drei Punkte möchten. Punkt Nummer eins, sie möchten, dass alles Gold, was auf der Bilanz der Zentralbank heute ist, dass ausserhalb der Schweiz ist, in die Schweiz repatriiert wird. Sie möchten, Punkt Nummer zwei, dass mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme der Nationalbank in Gold gehalten wird. Und Nummer drei, sie möchten ein absolutes Verkaufsverbot für Gold haben. Jetzt, das tönt ja alles eigentlich sehr technisch, aber wenn ich mir so die Schlagzeilen und die Medienaufmerksamkeit vor Augen führe, dann habe ich den Eindruck, dass die Emotionen eigentlich sehr hoch gehen. Warum ist das so? Ja, bei Gold gehen die Emotionen natürlich immer hoch. Gold ist ein Mythos, Gold ist etwas sehr Emotionales. Gold hat seit Tausenden von Jahren die Gemüte bewegt. Gold ist an den Hälsen der schönsten Frauen und so weiter und so fort. Das ist aber nicht eigentlich der Punkt, sondern der Punkt ist halt, dass historisch gesehen immer ein relevanter Teil von Zentralbankbilanzen rund um die Welt, also nicht nur bei der Schweizer Nationalbank, in Gold gehalten wurde. Wir haben früher einmal eine Goldumlaufswährung gehabt, sind von dem weggekommen, haben heute Papiergeld und da gibt es sehr viele emotionale Themen darüber. Sie haben es angesprochen, Papiergeld, dem gegenüber steht das Gold, das ist ein realer Wert, das hat noch Substanz, das ist ja auch das, was die Befürworter der Initiative betonen. Warum macht das nicht Sinn, wenn die Schweizer Nationalbank mehr Gold in der Bilanz hat und das auch behalten muss? Ja, mehr oder weniger Gold ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Der entscheidende Punkt ist, und ich glaube, da haben die Initianten einfach einen Denkfehler gemacht, das ist die Kombination von 20 Prozent Minimum und Verkaufsverbot. Jetzt muss man sich das vorstellen, was das bedeutet, nicht wahr? Mit dem wird eigentlich die Freiheit der Zentralbank in der Währungs- und Geldpolitik vollständig wegdefiniert. Und das ist auch der Grund, weswegen die Zentralbank sich selber involviert hat in den ganzen Abstimmungskampf. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen mit dieser Bilanz, was das eigentlich bedeuten würde, an einem mehr oder weniger konkreten Beispiel? Das konkrete Beispiel könnte die gegenwärtige Bilanz sein, nicht wahr? Wir haben heute in der Schweiz eine, wenn Sie so wollen, Krisenbilanz. Die Nationalbank hat ihre Bilanz relativ stark ausdehnen müssen, weil in der Schweiz entschieden wurde, dass man eine Untergrenze für den Schweizer Franken-Euro-Kurs definieren wollte. Ein Franken 20 ist dieser Kurs. Das hat dazu geführt, dass die Nationalbank relativ viel Devisen, insbesondere Euros, kaufen musste. Das führt dann zu einer Aufblähung der Bilanz. Also die Bilanz hat sich etwa vervierfacht oder noch mehr in der Schweiz in den letzten drei Jahren. Und Gold war vorher etwa 20, 25 Prozent der Bilanzsumme. Durch den Kauf der Währungen ist diese Bilanzsumme explodiert und Gold ist in relativen Grössenordnungen geschrumpft und ist heute unter 10 Prozent. Jetzt nehmen wir einmal an, die Zentralbank würde wieder auf diese 20 Prozent gehen wollen. Das würde bedeuten, weil wir ja nicht einfach Euro verkaufen können jetzt, sonst wäre ja die Geldpolitik oder die Währungspolitik konterkariert, dass man Gold kaufen müsste in grossem Stil. Die Bilanz würde wahrscheinlich noch einmal aufgebläht. Und wir haben eine Krisenbilanz. Und wenn wir jetzt wieder zu einer normalen Bilanz zurückgehen, dann würde das ja bedeuten, weil sie gleichzeitig kein Gold verkaufen darf, dass bei einer Normalisierung der Bilanz plötzlich 20, 30, 40, 50, 60, 70 Prozent in Goldbeständen vorhanden wären. Die dürften nicht verkauft werden und damit wäre eigentlich der ganze Spielraum der Zentralbank blockiert für zukünftige Krisen. Aber wer kann denn überhaupt für so eine Goldinitiative sein? Ja, für die Goldinitiative kann man sein, wenn man sagt, Papiergeld ist sowieso dem Tode gewidmet, nicht wahr, produziert nur Inflation. Und dann kommt man mit den ganzen Emotionen und dem ganzen Zeug. Ich habe gelegentlich das Gefühl, die ganze Goldinitiative sei vor allem ein politischer Marketing-Gag in einem Wahljahr. Das ist vielleicht ein bisschen böse, aber vielleicht kann man es auch so sehen. Wie beurteilen Sie die Chancen dieser Initiative? Jetzt, nachdem sich eigentlich relativ viele Leute, Zentralbank, auch Ökonomen, intensiv dazu geäussert haben, hat man wahrscheinlich gemerkt, dass diese Kombination von 20 Prozent und Verkaufsverbot tatsächlich eine vernünftige Geldpolitik in den nächsten Jahren verunmöglichen würde. Und dann geht man vielleicht zurück und überlegt sich, wo wir in der Schweiz eigentlich stehen. Wir haben eine sehr erfolgreiche geldpolitische Phase hinter uns. Die letzten 20, 30 Jahre waren sehr, sehr gut mit den Freiheitsgraden, die Zentralbank hatte. Ich bin der Meinung, dass die Goldinitiative abgelehnt wird. Es bleibt spannend für die nächsten zwei Wochen. Vielen Dank, Herr Heri. Das war Finius TV in Kooperation mit Dukas Koppi TV. Ich hoffe, Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen.